Tim? Ja? Kannst du mal mein Fahrrad wässern? Wo geht's? Zum Schaukeln. Ich bin als Kind ja immer gerne am höchsten Punkt so abgesprungen von der Schaukel. Ich versuche das jetzt mal zu unterdrücken. 35. Das war anders. Tschüss. Du bist willkommen. Bereit? Ja, ich bin halb bereit. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ah! Ah! Nicht springen! Nicht springen! Nicht springen! Nicht springen, Arne! Hier ist der Grund, warum Tim manchmal einen Koffeinschock hat. Timelapses. Timelapses führen dazu, dass man ständig einen Kaffee trinkt, um darauf zu warten, bis die Kamera den Job gemacht hat. Sekunde, Sekunde. Kaffee bis 12 Uhr Mittags und dann trinkt man Bier in der Timelapse. Ach so. Ich muss noch viel lernen. Mir wurde gerade erklärt, das ist das dritte Rathaus von Naden, nachdem die ersten zwei immer wieder zerstört wurden von Besatzern. Hier wurden sie verurteilt, die bösen Kriminellen und dann wurden sie hier gehängt. Und dann draußen in den Gallows wurden sie nochmal gehängt, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Das war normal hier in Holland. Auch das O-Ton. Wie ist das so, wenn man das Signal verliert, Tim? Das Signal zu verlieren, das ist ein ganz, ganz schrecklicher Moment. Sie kommt halt alleine wieder zurück und das macht es dann nicht ganz so schlimm. Aber ohne Scheiß, da geht der Puls dann ganz kurz sehr, sehr hoch. Gerade da ist einfach nur schwarzer Bildschirm und ich habe mich gefragt, was du danach getan hast. Ich habe gewartet und dann fliegt sie näher ran. Ganz automatisch. Es tut mir leid, das ist total unspektakulär. Was kommt nächstes? Ähm, ein Semedi Ivo Castle. Mödeslaut. 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 Am Experiment. Was ist denn das für ein Schild? Was denn? Das heißt, man darf keine Hunde an Drohnen hängen. Wieso? Wir haben ein ganz geiles Airbnb, oder? Es könnte mit dem WLAN ein Problem sein. Deswegen weiß ich noch nicht so, wie ich es finde. Aber ein Klima wäre gut. Das ist der enttäuschendste Aussichtsturm, auf dem ich hier war. Hörst du das? Da ist ein Kind in den Brunnen gefallen. Du fühlst dich lustig? Haha! Willst du einen Witz hören? Kommt ein Clown? Kennst du die wichtigste Frage bei Kun? Noch nicht. Frag mich. Anne? Mach mal die Augen zu. Ich höre den Wald von lauter Lautsprechern. Das geht um den Wald, aber auch unter der Natur. Es ist besser, bis du in einer alten Schiffswerke bist. Das geht gerade gar nicht. Ja. Anna, was machst du denn? Das ist ein gutes Beispiel für Filmen und Realität. Man denkt, Mensch, der kann so lecker Bier trinken. Dass ich das schon 20 Mal hier umrühren musste, damit der Schaum bleibt. Damit es gut aussieht, weiß niemand. Und das ist total leckes Bier trinken. Aber wenn ich dann sage, lecker, dann glaubt mir das jeder. It all makes sense in the edit.